Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mankos Let's Be Together mit der lieben Alicia, also Alicia-Kochter-D, äh, 01 und dem lieben Z.Yannick, ein Stecker Hallo Hallo Ist dein Mikro wieder aus? Ganz so Hi Ah, jetzt ist er da, hallo Wir erforschen heute in der Folge diesen Tempel Und wollen da zwei natürlich keine Pfeilen auslösen Deswegen wir auch einfach alles kaputt machen Ah, jetzt hat sie viel Gold drin Nice Bist du in der Burg? Das ist keine Burg, das ist eine Festung Ja, mir auch egal Wir haben ein paar Pfeile Und ein Spender Ja, nee, hast du ein Crossing-Table dabei? Ja, mein Pferd ist eine Oha Ja, nee, ich mach das mal mit dem, ähm, Dingens mit dem Ledertau, äh, mit dem Bücherregal, okay? Ja, mach mal Bücherregale Die sind Kisten Und alles mit Schön ein paar Pisten Musikkoppel brauchen wir nicht, ne? Janik, hast du Weizen dabei? Nein, immer noch nicht Mein Herz Mein Pferd reckt nicht Doch Nach einer Zeit schon Moment Ich hätte tatsächlich Skelett Tschüss Aua, aua Aua, aua Aua, aua, aua Weg Mann Ich komme ja nicht weg Ich wurde mich einfach durch Bist du noch da? Wo bist du denn? Ich bin hier bei diesem Temp, bei dem Tempel Immer noch? Naja, ich muss hier irgendwie wieder rausfinden Bau dich einfach durch Oh kacke Boah, fast tot Was ist das denn? Nein Ja, okay, also das war jetzt Das ist Was ist das denn? Hast du schon an unserem Weg gesehen, Janik? Ja, den habe ich gesehen und hat jemand Zuckerrohr? Ja Wir haben doch eine Farm Ja Ja, ich habe da schon abgefahren Aber wir hatten eben doch so viel Hast du echt? Ähm, ich könnte hier mal ein bisschen Hilfe gebrauchen Ja, ich bin tot Unvergestorben Da musst du kommen Ich bin noch dabei Ich fliege sogar Echt jetzt? Ja, obwohl Flying not allowed on the server ist Kannst du mal Time Set Day machen, bitte? Nein, das mache ich nicht Ich habe aber auch kein Schwert und nichts Ich verfolge hier instant Zombies Mein Inventar ist randvoll Ich müsste langsam mal wieder nach Hause Los, geh durch Geh durch das Wasser Ich bin so gut wie tot Ja, was soll ich denn da machen? Ja, geh nur Ha, Mann Sorry, ich kann nichts machen Ich bin gut wie tot Ich habe nichts mehr zu essen Ich dachte, du schliebst doch schon Ich bin doch auch schon hier Aber ich komme doch nicht hierher, um dir zu helfen Also wir sind also ja da auch Aber erstmal muss ich mein Pferd retten Also mein Esel Mach dir mal, ich habe keine Ahnung wo du bist Da, da, da fliegt ein Pferd Helfen wir mal, ich habe ein paar Herzen und ich brauche ein anderes Pferd Warum? Weil das langsam wird Warum? Weil das langsam wird nicht Du hast doch ein Bier stehen Wir müssen warten bis das Tag wird Wir sind über den Weg Das kann ich gar nicht erklären Wir sind mega weit weg Und ich gehe noch weiter weg Ich suche ein Dorf Festland? Ja, Festland Gigi Ach so, das ist dann die ja löschen Wo bist du? Ich renne einfach gerade in neue Länder Ich suche immer noch ein Dorf Ah, Spinne Danke, dass du auch nicht war Du kannst auch eine andere Richtung gehen Ja, ne, ich überlebe hier nicht mehr lange Dann geht doch woanders hin Ja, die spinnen diesen aber genauso schnell wie ich weil ich so ein scheiß Pferd Fferde können aber nicht schneller Doch, Fferde pennen schneller Deswegen habe ich ein Esel Denn die können nämlich eigentlich gar nicht schneller, aber können dafür was lagern Oh, da ist ein Hund Ich jetzt? Ich hab Knochen Ich hab aber nur einen Ich will einen Hund Ich will einen Hund Nicht den Knochen geben Einer reicht da eh nie So, jetzt kann ich wieder reden Hi Hi Boah, ich war eben die ganze Zeit da, deswegen Immer diese Flüsse, Alter Okay, ich bin tot Halbes Herz Jeden Moment Wo ist denn dein Pferd? Ich lass Ich hab einen Hund Ich hab einen Hund Janik kann ich auch einen Esel haben Ja, aber wir haben keinen Sattel und noch einen Sattel-Cheat, das wäre jetzt lange zu viel Wo sind eine andere Hund? Ich geh frühstücken, ich komm gleich wieder Ich hab nichts gescheatet Janik Hä, wo ist der andere Hund? Janik Ja, was denn? Ich hab noch nichts gescheatet Alicia, wo ist der andere Hund? Keine Ahnung Achso, ich hab mein Pferd verloren, glaub ich Ja, das steht hier Ja, das steht hier, ganz alleine einfach Und die Alicia muss Ich komm gleich wieder, ich muss frühstücken Und die Alicia hat einen Pferd auf den Sattel bekommen Ja, eins gescheatet Ich wollte halt nicht noch eins cheaten Außerdem ist der Sattel eigentlich für alle da Boah, jetzt hat die den zweiten Hund wahrscheinlich einfach getötet Wo seid denn ihr? Und ich sterbe jetzt eh Ja, aber bitte nicht mit so gutem Equip Doch! Ja, geh doch ins Haus Wie denn? Ich bin in dieser Brücke da irgendwo Ja, du kannst uns eh nicht finden, wir sind mega weit weg Was ist das? Eine Maus? Hä, in der Maus ist Wasser drin Wie geil Heavy cool Oh, das ist aber schön kühl Ich hoffe, das ist keine tote, das ist keine äh Lebendige oder tote Maus Ne, ne Computermaus Also es ist doch ne echte Maus Armes Mäuschen Woher hast du die? Cool Cool Ja, das ist doch little Ich bin da noch ein bisschen Ich bin ein bisschen Jewel Ich bin da noch nicht Führung wir eigentlich wie lange nehme ich schon auf mit dem Vor vorhin nämlich schon die Ewigkeit auf ganz wie lange ich habe gewonnen steckt und bin in den F5 gegangen Janik sehr professionell im Wasser gelandet nicht ich finde einfach keine guten Biome überall ist es nur Wald oder Berg Leckos Mio ich habe 10 Gold was ist? ach egal Wollt ihr zu Gott Game Mode machen? äh nein was denn? ich wollte mir ein OP mit Schärfe tausend holen wie ist denn der Kommand dazu? weil ich bin ok ich bin ok es war Spaß ja nicht ich wollte Game und 1 gehen guck dir ihre Windzeit an das ist natürlich jetzt keine Werbung für ihn wie der Redwurst trollt und da macht gibt er dazu Schärfe tausend und Degs oder so und da hat er den Kommand ich bin nur Wald überall Wald Baum, 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 baum. Über alle Bäume. Nervige Bäume. Ja, also das hier ist ja... Kühe. Ich hab's ja schon lange nicht mehr gesehen. Irgendwie kommt hier nix mehr. Das wiederholt sich hier alles. Die Bäume kommen und kommen immer wieder. Und der Wald hat auch kein Ende. Hier sind wir beide Seen. Hier kann ich auch immer weiter. Ist das doch ein Meer? Aber da요. Ja. Vielen Dank. Endlich wollen wir wieder eine kleine Wiese. Vielen Dank. Okay, ich komme jetzt zurück. Das hat ja keinen Sinn mehr. Oh, langer Weg. Oh, shit. Alles gut. Wiese, eine kleine. Okay. 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 Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schreibt Verbesserungstipps in die Kommentare und ob es okay war, dass wir einen Sattel getreatet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.